So, dann geht's Thema Spyglass So, jetzt ist es fast Lala Wo ist es denn? Wo ist denn das? Du siehst da ein paar Pole, das muss ich noch glauben Bin mal kurz weg, bis gleich Yo, die Bohr sind recht effektiv Achso So ist Krokodil Das liegt da am Strand eigentlich Nee Da liegt nur ein Beutelsfleisch dran Verdammt Dann hat es jemand getötet Irgendwer, irgendwas Schade Oh, das ist halt gestorben, weil es so arg verletzt war Das Krokodil lebt jetzt als Ach, im Taschenfall Als Sack Stimmt Wie war Wie war, wie war Der ist jetzt haltig Ist ja immer noch nicht fertig, dieses Puzzle Vieh Doch, doch, den bring ich ja grad mit Okay Okay Hm 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 Oh 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 oh, Vorsicht mit dem Pfeifen, wenn die ganzen Viecher hier rumstehen Ich glaub anhalten Einer Achso Achso Okay Okay Lass keiner hinten losgehen So So So, was ist denn jetzt hier? Kriegt ihr Eier? Legt ihr Eier? Jaaaa Sehr schön Eier Habt ihr irgendwo ne Kiste mit Nahrung? Nicht wirklich Kühlschrank Ja Kühlschrank Das ist Kaka und Ei Hä, wieso kommst du mir hinterher? Ich hab gesagt, ich soll stehen bleiben Das ist dieses Wuhuuu Dieses, äh Abpfeifen Ja, ich hab's doch T gedrückt und Moment Einer Anhalten Ne? Ja So Ne, das ist, das ist es nicht Wuhuuu Aber So, jetzt hast du hier filmen Entschuldigung Ich muss mal gucken Also U U U wie? Ja Sonst hat er jetzt hier Coleca, Coleca Was hast du für Probleme? So, jetzt kommen wir ja nicht mehr in dich ran Ich muss noch einmal, Entschuldigung Hier waren noch irgendwelche Lederklammern noch reingepackt Hast du Hast du die genommen? Komm mal hier Auch ne Mütze Komm mal hier Ach ja, so, so So Ey, wo ist mein Trafel hin? Ach, durch dein Pfeifen, ne? Ja, ja Bring gleich wieder hin Der Mann ist auch weg Warte mal Ja, es ist wieder hier mit Lande, my friend Mein Drache ist auch weg Äh, wie macht man das? Der muss auch unten, ne? Ja, warte, ich muss noch mal So Einmal alle, bitte So Einmal alle, bitte So, ja Oh Ich habe viele Freunde Ja, geht weg Geht weg Ja Wie ruft man, wie ruft man den nochmal? Warte Da Da Irgendwie hat er jetzt nicht das Bedürfnis zu landen Äh, mit, du rufst mit J Sehr gut Naja, so halb zumindest Ne, ist doch genug Ich hasse dich Komm her, Vieh Wollt den, äh, wie macht man das mit der Einpacken? Na mit der Kugel Du nimmst die Kugel in die Hand Ja, ja Und fixierst den an, du musst auch ziemlich nah dran sein Ja, warte, lass uns mal sitzen Das ist doch nicht meiner, der Willi Scheiße Weißt du? Ah, ja Jetzt sind sie ja wieder weg Ja, der Volk geht mir Aber das ist doch nicht meiner Du musst sie abpfeifen mit, mit, mit Mit, mit J abpfeifen Nein, mit U Mit U abpfeifen und J rufen Ja Ja, jetzt ist er weg Aber ich hatte doch einen Wo ist der geblieben? Ist glaube ich im Schrank Also da ist in diesem Behälterding ins Bumst Warte mal, muss ich mal ein bisschen gucken Ach, der Flatterhals ist mir sehr egal Im Schrank, äh, wenn du reinkommst Du hast im Haus so zwei so eine Konsolen Und da ist so ein Ball drin Da ist das Vieh drin Weil sonst verhungert sie Links oder rechts? Äh, ich glaube links Links, der linke ist das Da müsste das vorne sein Da ist so ein Bällchen drin Oder so ein Nebel Wie sieht das aus? Eine Kugel Also ein Bild von einem Vogel ist das drin auf jeden Fall Richtig Hier bei den blauen Dingern meint ihr Blau? Na hier Na hier Diese Konsolen da Da kannst du dir auch gleich mal so ein Herzchen nehmen Hier so ein Vieh Das kannst du dir ja ausrüsten dann Ne, hier ist nichts drin Dann vielleicht reicht es Hier so ein kleiner hier Ach, gut leider Ihr seid manchmal nur sehr seltsam mit dir Irgendwie bin ich im falschen Schrank Hier, da Kannst du dir erstmal so ein Herz da nehmen Ähm, Tier Das kannst du dir unter der Handschuhe reinpacken Dann läuft er dir immer hinterher Sehr gut Sehr gut So, der Nächster So, da können wir ja wieder mal was freischalten Tu T Okay Ah ja, hier Komm mit Ah ja, hier Komm mit Und Ich kann den setzen Fahren Gut, da können sie bleiben Und Jetzt kommst du noch mit Ach, da ist er ja der kleine Racker Ach, da ist er ja der kleine Racker Der hellste Bande am Christbaum bist du aber auch nicht Egal Egal Für diese komischen fluglichen Wie heißen die nochmal? Heißen die Wie halten die denn? Ach der Mond Du bist ein Peter Oh, was für ein Ding Pteradon 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 Ja Ja Bitte Oh, das brauchen wir auch Lufttransfusion Pteradon Pteradon Welches Fernrohr ist denn das? Das Wazem Spikeless oder das normale? Ich bin jetzt ähm Das Wazem Dieses Pläuliche Ja Okay Das musst du bauen Okay Ah, 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 ah Was kannst du sagen? Bisschen hier um dem Sattel Gibt's auch nicht Oh Wo hab ich den ganzen Bauch schon gelangt, oder? Guck mal und wenn ihr diese komischen Pistolen ja herstellt, ne? Diese Leuchtpistolen? Ne, diese Paintballpistolen Ja Damit könnt ihr dann ähm Diese Kugeln unter Originus ein, ein, ähm Aus der Ferne her anschließen und dann werden die eingesammelt Ach, diese, diese Pokémon-Bälle da Ja, genau Und bei möglichen, äh, möglichkeiten Generator nicht ausstellen Weil Ja Ja Wieso war der aus? Der war aus, ja Ah Ja Hm, ne, das ist ungünstig Garth nicht ungünstig So Das war Ich mach mal einen Sattel Weil ohne Sattel ist ja doof Willi hat jetzt einen Sattel Wer ist denn Willi? Hm, naja Ferenzino Ach, äh, der Also dieses Buschelfieger Ja Ja Das Fellteil Genau Ähm Holt mal eure Drachen bitte raus Ja Schreist die raus Harte Ach so Hopp So, Drache Äh, hab acht Harte 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 Siee, Herrss잖아요 So Ähm Ja Es klappt Cool So Das werden wir dochmal Ähm, ja Das tauschen wir mal mit Ähm, wir kochen Ähm Fahrung aktivieren Verhalten Auf alle Guck mal Boot naja du das gut das finde ich ja es tut nicht doch ich muss ach so wir sind in die richtung guck mal so gelernt landratten mit dem boot kannst du nicht rückwärts fahren naja so geht es aber wie lange braucht ihr noch 26 ok die schwändigkeit ist okay für sparen also hier geht es ja richtig zur sache die haben wir jetzt mega sechs gerade jetzt haben wir danach theoretisch gesehen drei eier und wie sie hecheln wir haben spaß aber gut so apropos eier moment eierproduktion wie sieht es denn hier aus nix nix aber ich könnte die eier die ich hab schon mal abgeben ablegen ach so wir müssen ja mal sehen dass wir hier mal eine treppe haben die eier in kühlschrank genau ja bitte werden die dann fertig sind hiermit kann zu dir denn hier vorne auch mitnehmen wenn du willst dass du dann auch so ein drachen hast die sind ein bisschen flinker und haben mehr ausdauer wie der vogel den du jetzt da hast okay wir machen jetzt auch schon nachwuchs immer gut irgendeiner hat gepfiffen das ist nicht gut ja mit dem pfeifen müsst ihr aufpassen das kann ins auge gehen ich kann sagen dass mein pfeder war ich sitze hier auch wenn du einzelne anpfeifen willst immer an den t drücken und dann einzeln anpfeifen weil sonst hast du jedes mal die ganze herde so was wohl heute gewollt ich habe dass die warum unser loken wurde das wird so schnell jetzt da oben ja denke ich auch ich habe da oben auch so ein fertiges hausgen geboten noch ja ach das waren fertig ist aus und fertig haus genau von der von weiter weg wie dem mod geil aus mein traum wir brauchen zwar drin steig mal ab daniel weil sange du drauf sitzt können wir nicht paaren stecken nein der ist auch am paaren und da drüben sitzt noch einer der ist natürlich sicherheit zu weit weg sicherheit zu weit weg genau das war klar drachen landen ja wir brauchen heute bei möglichkeit jetzt erstmal nicht pfeifen oder irgendwas dass wir jetzt erstmal die erfahrung fertig machen können besser jeden Tag ja so jetzt mal so jetzt mal das braucht man jemand dann ich mache so das weg Okay. Das ist okay. Ah, 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 ah. 81, das ist auch fast fertig, du bist auch gleich fertig, sehr gut, meiner ist bei 92. so, der ist fort, meiner ist auch fertig, so, warmes Ziel, gibst du gleich Flash, sag doch mal den Flash, ach gut, und der muss noch ein bisschen, das werde ich einmal und das ist gut, oder wie, wie, ähm, nee, paaren kannst du, warte, der kann jetzt wieder, 14 Stunden kann er wieder, gepaart werden, also sprich, alle 14, 15 Stunden, also es ist auch immer Dino-abhängig, können wir die wieder neu paaren, so, genau, ähm, ähm, Option, Namen ändern, ähm, Warte, zack, so, guck mal, der hier vorne, hat deinen Namen drinne, das ist dann deiner, Jo.. Wenn ein silberer ist, ein silberer soll einer, versteh ich! Ok. Oh! Ist auch gleich. Ich nehme auch gleich mit. Ich nehm auch gleich die Kette. Ok. Da ist noch irgendwas rumgelarcht, hier, an mir. Ah. Dankeschön. Das Haus muss ich glaube ich nochmal umstellen. Hm? So, so? Aha. Hallo. So. Sehr gut. Sehr gut. Ah. Dumpdi-dumpdi-dump. Ich muss gleich mal hier ein bisschen sammeln. Hm? Kann ich sagen? Hö, was? Nein. Ja, auf jeden Fall haben wir schon mal drei Eier, dass das schon mal ganz gut ist. Schön. Läuft doch. Genau. So, ich muss auch noch ein bisschen lang kommen. So? Ah ne. Hm. Da ist glaube ich besser. So. Achso, halt. So war doch irgendwo sein Spuggi. Spuggiii. Spuggiii. Spuggi tot. Ja. Spuggi tot. Sehr schön. So. 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 Das war ein kleines Snack. Achso, wir sehen. Kann ich den wieder einpacken, den Drachen? Den kannst du wieder einpacken, ja. Dem wird eine rote Wolke vor der Romme. Wer? Hier, der... Ich bin so aggressiv. Der Pflanzenfresser. Rote Wolke? Ach, hier! Der hier. Ja, ja. Ein Agro-Pflanzenfresser. Spuck ihn an! Spuck ihn an! Spuck ihn an! Kavallerie kommt. Achso, der kann Agro sein. Ach, hast du ihn schon weggesnackt. Ja. Lecker, lecker. Dodo! Mein kleiner Dodo. Ein kleiner Dodo. Ach, mitnehmen. Ein kleiner Dodo. Ein kleiner Dodo. Spuck ihn an! Echt? Ja. 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 So, was haben wir denn... Ach, das hast du noch gebaut da oben. Ah ja. Aber ich bin dafür, dass wir irgendwie mal Treppen... Kann man... Wir haben ja Treppen zu bauen. Ja, bestimmt. Irgendwie was. Ja. Ja. Ich hab hier auch noch Polymersiziden. Okay. So, ich werde jetzt hier mal einen ganz kurzen Schnitt machen und mir ein Käppchen holen. Also, wir gehen mal eineIGH synthesie, die, die, die die ... runter zu milchieren muss, um nach work, ohne Körper zu beregen. всю bends, in構 Cadessen und Druck zu er şey.